Ja, wenn ist es was... was rausgeflogenes, sicher. Ja. Ja, kann jeder. Nee. Zölsch die Hälber. Was war doch klingonisch eben? Das war doch klingonisch eben. Genau. Nee, klingonisch klingt anders. Ja. Jo. Na dann. Let's go. Ey. Oh. Let's go. Let's go. So. Eins, zwei, drei, töten. Haben wir die Taktik? Und was werden wir raus? Wir haben einen guten Blitzspieler direkt damit. Maverick. 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 Der hat hat tierisch genervt, ja. Ja, aber wir sind ja im Ankre. Ja, genau. Geht ihr gut los? Hm, Cavera. Die werden vielleicht der Mitchell rauswählen. Haben sie vorhin schon gemacht. Na gucken, was sie rauswählen und dann... Und wenn man kein... Ja. Genau. Ah, ja. 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 Oh, aber jetzt. Oh, kacke ey. ich kann ja nicht spielen also wir bleiben dabei wir hatten von clash aber ihr habt doch gleich rausgebannt wir haben gleich rausgebannt ich bleibe drin ok wohin gleich erstmal hoch ich weiß nicht wenn ich schwimmen soll ja deswegen spiele ich ihn jetzt danke anke kraft schreib feuer wir haben wieder ein stream hier ja das machen wir schon haben nein also So, Sajan, Pink schreibt auch Feuer. Schuss müssen. Marcel, klar, Englischstädter. Die Gegner hat auch einen 300er Pink. Der eine ist rausgeflogen. Zirbel. Ja, keine. Ja, wenn keine Kampfhandlung stattgefunden hat. Diese Tütschrone. Okay. Sie haben hier auf die White Stairs einen Lesion Truck? Ja. Der ist wieder dabei. Sie kommen, Westen hoch. Achtung, Blackbit ist dran. Meine Bombe lokalisiert. Er ist das Schild weg. Die ist nach. Twitch kommt rein. Treff sie nicht. Scheiße. Die Drohne, oder? Die Drohne. Und dann den Tisch. Nein. Ich nehme auf ihr Lust. Twitch, oder kommt sie dir, Luzi? Gut. Ich meine, ich habe da lischen. Ja. Wenn du es tragbar. Ihr Lust, das glaube ich. Ja. Ich glaube schon. Zeig. Ich habe die letzte Chance. Viel Spaß. Sauber. Finde ich auch noch. Wie der Westseite Fenster. Mit oben dran. Ich habe ihn. Luzi, hast du hier Lust, der ist? Okay. Balkon, oder? Ja, bei mir hier ein Doppelwindow. Ja. 10 Sekunden. Letzter verbleibende Gegner. Achtung! 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Saubermahne raus da. Der läuft doch. Der ist erreicht. Der war noch vier, aber trotzdem. Der kam hier nicht rein. Vor allem mit. Von Wendels Treppe. Ich hasse Menschen, Dennis Schmidt. Wo gehen wir jetzt hin? Nach unten? Braucht ihr Kersten? Ich weiß nicht. Mute? Ja, klar kann ich kein Band spielen. Active Band? Ich kann es probieren. Oh fuck, ich kenne die 3D. Naja. Kann ich ja noch stimmen, kann ich ja noch wechseln. Ja, ja. Ja, und wir brauchen wir Nitro Handy. Ihr habt 3x Kontakt. So ein Stahl dran hält der war auch gut auf. Verschwindet Ash Ladungen. So viele Ladungen. Granaten. Vor allem dann kann ich Michael Oster zumachen mit dem. Und dann sind die nicht so schnell da, um mich abzuhämmen. Machen wir hinten Archiv zu. Mit Wänden. Ja. Jo. Ja, die sind nur meine Perspektive. Hey, da können wir jetzt aber auch nichts dafür, wenn der schon wieder rausfliegt. Da ist so ein Test-CW, nur ist doch egal. Komm mal. Ja, und sorry, aber da können wir jetzt echt nicht viel dafür, dass der rausfliegt. Hey, jetzt ein normaler Zivil, mach mal Re-Card. Re-Card. Nur noch 10 Sekunden. Das ist schon gut. Er braucht noch eine Drogen. Eine Drohung ist auf dem weißen Truck. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Tür wird verbarrikadiert. Ich habe eine Drogen. Hier werden sie verbarrikadiert. Jetzt wird schon eine Kompanie im Arsch. Pscht pscht. Pscht. Ich habe einen. Ich habe eine Drogen in der Schreie gezwungen. Bis zum einen. Schreie geht. Ich habe einen. Ich habe einen. Was, dieser ist nicht? Ich habe einen. Ich habe einen. Oh, der ist nicht. Ich habe einen. Da nimmst du noch was rum? Perfekt. Ich lade ein neues Magazin! Ja. Fall dann durch die Decke. Ah, Maverick-Löcher! Oh, scheiße! Naja, kann nicht viel tun dabei. Was haben sie denn draußen? Maverick? Termite? Maverick ist arrebannt. Krampfi ja mal aufzuschreiben, dass schlönen nicht ab. Ja. Aber nur den unteren Teil bevor es um die Kurve kommt. Ja. Aber nur den unteren Teil bevor es um die Kurve kommt. Genau. Lade weg! Ja, ist einer drin. Termite hinterm Truck. Links. Luzi. Von draußen, Attacher. Und, Matches Yellow, runtergekommen. Fünf Sekunden noch. Vision gefährdet. Bomben-Enschärfungsgeräte. Geht wieder raus. Die Bomben schützen. Den Erschärfer deaktivieren. Ein Gegner verbleibt. Da war ich ja schon. Pass auf, unten ist ein Ma... Da ist er, da ist er! Du hast ihn geschafft! Und, in Chef, in Chef, in Chef! Nein, 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 nein! Ja, geschafft! Uah! Sehr gut! Die Mission des eigenen Trucks. Oh, der Ausgleich ist zurückgekehrt! Hehehe! Ja! Ja, ich hab das! Ja, das war schöne Zusammenarbeit, man Digga, schön! Nur in Archiv, oder? Ich glaube, ihr im Press Room. Okay. Boah! Kerstl, oder? Ja! Soll ich ihn zumachen? Große Tür, die machen sie ganz schnell auf, aber... Äh, guck, dass er halt lieber, dass er von hinten nicht kommt. Von hinten. Ich hab da... Ich hab da... Ich hab da gefeiert... Ich hab da... Ich hab da gefeiert... Die Bomben sicher! Ja, meine Bomben sicher nicht... Ich hab da gefeiert... Ja, ne, ja, noch... Wenn ihr noch Wände braucht, sagt Bescheid, ich hab die Tür. Ich hab auch noch Wände. Soll ich die große Tür zumachen? Ich weiß nicht. Oh, das sind die Fenster auf jeden Fall. Ich hab da gefeiert... Ich hab da gefeiert... Naja, der Fenster direkt geholt und kapriert uns... schon so 4... Hey, das war eins... Der Fenster... Ja, ich stand direkt da... Hab dich Hütschtrone! ich bin nicht blenden sie blenden wir finden wir auf den smock er ist geblendet eine bombe platziert verstört ihn ja von draußen abgehängt ah scheiße ach kommt munter ab mich ja von hinten kam noch einer aber dass man sie nachgeholt ja weil die halt auch direkt von außen abnehmen können da komme ich neben kassel mit und macht und macht hinten richtung großes büro zu nehmen also achtmal eingestellt ja ich meine es sind die leute in bereich sichern die bomben weiter schützen hier sind sie auf 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 Achtung, bist du draußen? Bleibst du? Ja, du bleibst draußen. Es bleiben 5 Sekunden. Ist irgendwo ne Cam drin. Eine Weste noch, wenn ihr wollt. Muss nicht sein. Meine. Hat einer noch Wände? Ja, ich. Wo willst du? Was ist denn hier? Fehlen noch welche im Bad. Hier ist deine Chopper Zugang. Kann man aufmachen? Hast du was? Ich hab nur noch eine Kontaktkanade. Ich hab gar keine mehr. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Über die Rotation gehen. Okay. Ich wurde gespottet. Twitch kommt. Hab sie. Pushen mich. Brauchst du in der Schütze? Möglich. Okay. Pushen mich. Brauchst du in der Schütze? Möglich. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Pass auf hier ne schöne Tälchen. Beide. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Oh fuck, hat mich IQ aus dem kleinen Bart. Feindlicher Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Ja, Achtung, Haupteingang ist down. Spiel das safe. Nein, mach scheiß. Ja toll, ja nicht. Geh an der Seite. Ich kann nix und ich muss da durch. Achtung, wir aim dich von rechts ab. Auf pink. Ja, ist wieder rein rotiert. Hat nix. Ja, so mach ich auch nix. Ja, Kleinwert ist nix. Ich seh den anderen auch nicht. Ja, einer links, einer rechts, gell. Na. Gut abgelehnt, ja. Boah, nein. So gemein. Ja, und auch Schalli, das ist gar nix für. Ich krieg den Chest-Trupper runter, ey. Nochmal. Probieren wir es nochmal. Diesmal Cup kann, dass wir nicht so schnell kommen. Oder will jemand einen sechsten Pick? Na gut. Ja, Frost. Was soll ich jetzt nehmen? Also ich weiß nicht. Einfach nur einen Vorschlag. Nehmen einfach. Was entdeckt sich jetzt gerade? Wo ist die zweite Pumpe? Ich kann sie ja noch ändern zur Pumpe. Dann mach ich ne Pumpe mit. Ja. Ah ne, aber Acock war grad richtig gut. Eigentlich schon. Vor allem, wenn ich mich dann hinter die Ecke lehmer auf den Schreibtisch aim, Blackbeard total geholt, er hat keine Chance gehabt. Ja, richtig line, locker ewig. Hat nur... So zum Westen, gell? Mhm. Ja, ich komm. Na ja. Ich hab auch noch ne Wand übrig. Es bleiben 10 Sekunden. Silenz, machst du den Drop-Bagger noch auf? Bombe A? 5 Sekunden. Ich hab noch ne Wand, gell? Irgendwo hinter mir. Bombe vom Gegner entdeckt. Nein, lass ich sie halt. Da haben sie hinten gespürt. Hm. Da mach ich hier zum. Wo bist du denn? Hier fehlt ne Wand. Wo ist sie denn? Kling doch mal. Oh. Oh. Direkt neben mir. Äh. Süden Fenster. Doppelwindow Westen. Konsulat. Doppelwindow Westen. Okey-Schön. Ja, ich tue Done. Ich tue das doch. Neuginness от Termit. Okay. Ein Doppelwindow hängt eine. Ist wieder aufs Dach hoch. Okay, Ebi. Timer hängt bei mir am Fenster hin. Gelo Diffuser. Da kommt Ebi. Da kommt Ebi. Bart oder Yellow? Du hättest eigentlich gar nichts machen müssen. Guck dir's an. Ich werf Kontakt und dann... Ich hab doch ne Schutzweste an. Im Gesicht... Im Gesicht hab doch ne Schutzweste an. Ja. Hat gut gemacht. Hey und? Manche die werden oben sein? Hm. Oh, Carsten? Ja? Monty? Leider hab ich kein Checkl. Ach, mach silence. Mach silence. Mach silence, gut. Du kannst doch mit mir kommen, Termite. Passt auch. Ja, das war letztes Mal so gut. Ach, das war aber nicht mehr. Das heißt... Genau, im Notfall... Ich mach Smokes rein, plantest und ich sterbe wieder drauf. Ihr müsst eure Drohne verwenden um eine Bombe aufzusetzen. Und nicht frei? Das ist ein Konsulbüro. Vergewaltigungsbüro. Jo. Echo. Uh. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ne, ne. Clash haben wir rausgewählt. Und Vigil. Hm. Zehn Sekunden. Die haben mal eine Vakery, glaub ich. Oder? Noch fünf Sekunden. Hm. Schade, Luzi. Entscharfer ist jetzt gerichert. Rück zur Bombe vor und entscharfen sie. Es ist ein Vorwahl! Wo gehen wir jetzt rein? Über... Oben rein? Oder über Yellow hoch? Oder was? Climor start. Ja. Ich komm mit dir, Manu. Wir gehen oben, also wir gehen... Lassen wir auch aufs Dach. Jo. Echo Drohne, ich möchte aufpassen. Die nervt mich auch. Nein. Ich hab mich nicht schon getroffen. Der war hier auf Ping. Der ist schon zurück rotiert wieder. Okay. Wir haben noch Rook. Rook ist bei Bombe A. Da, wo ich immer lieg. Also bei der Dreifachwand liegt er. Wollen wir da runter gehen? Naja, das ist so gefährlich. Ich mein, bei dem Fenster rein. Achso. Ja. Erstmal da. Oh? Wow... Fug tone wird aktiviert. Und... Aufwand. ich bin drin bei yellow einer ist bei wendel stairs hinter dem hatte doch mal aus drohen was in der bombe b ist der luk noch da ich bin hinter dir ach ich schaff es auch nicht ganz wenn nicht der luk und lesion ich gehe jetzt bei b rein die luk auch noch wöchste rest ich kann nicht ich kann nicht schießt nach oben schießt nach oben bis oben die drohne abschießen müssen egal naja dafür ist echo so gut verlag ja so richtig mit einer irgendwie finger um von oben bei klavier die decke aufzumachen was willst du mit bambelig dann krieg mal ich soll von krampisch fragen ich soll von krampisch fragen ich soll von krampisch wir müssen eine bombe aufspielen ja die sind unten drohne hat eine bombe lokalisiert ich möchte mich ich bin wieder da und echo entschärfer ist gesichert und entschärfer ist gesichert rück zur bombe vor und entschärft und entschärft und entschärft und entschärft wenn es das hochgehen und man ja wenn es jetzt ist er jetzt direkt vor mir garages auf abgehauen was auf links von dir einleiten von zwei seiten bezirrt keine chance achten umgeben fangst du auch ja das war der das sind halt einfach noch ja hinterm weizen werden da rechts oben von oben mehr das ist ja versucht aber das habe ich das habe ich schon nicht verstanden das unter das versuchte immer jemand anders an monti thomas spiel die werden jetzt kann ich auch machen wenn du willst ich habe nur die standoperator wenn jeder von den standoperator nimmt okay einfach bei gg7 wissen wir von jetzt an echo raus raus wo vorne haben sie da nicht benutzt wir müssen eine bombe aufspüren drohne hat eine bombe auf dem hier lobby die schnissen eine orange noch fünf nach anderen ausschauen hast du mir rein ich weiß nicht ist der boss ja immer hier rein warum drohen durch schau mal links rechts ein stück ich habe angst vor puls links im gang runter hat die drohne erwischt rechts ist frei kannst rein die drohne habe ich ja ich gehe vor haben wir schon blenden nicht oder ich schau mal smart gut die bad ist frei ich bin runtergefallen ich muss auch runter wenn du wieder hoch lobby ist einer ist immer noch klavier drin ich weiß ja wirklich mit smog und rüber zum klavier gehen und von da eigentlich aber deshalb troppe auf und ich werde total offen ich klinge aus ich weiß nicht was darum gepackt hat bei mir auf einmal stand ich unten das habe ich auch gesehen dass sie also nachher aber auf einmal stand ich unten da die können wieder oben sein dann nehme ich mal views mit ich nehme jetzt auch was anders wenn ihr auf die fenster schießt dann bitte nur das glas kaputt machen weil dann kann nicht schön zu zusehen sprengmatten ja nachher mal viel clay maus passt auch ich bin oben ich bin oben Mute-Schimmer Komme ich dann vorbei an dem Mute-Sender? Fünf Sekunden bis zum Einsatz Nee, glaub nicht Probier ich's auch nicht Eine war Wiese, die hat meine Camp kaputt gemacht Und wo? In welchem Fenster? In welchem Fenster, oder? Die Bombe wurde lokalisiert Komme ich nicht durch, Mute-Sender Ach, bei Yellow, ach, da geht's immer Mute, Mute bei Yellow ist das Ähm Wird sich solche Drohnen? Die Bombe wurde lokalisiert Ich bin bei B B ist soweit sauber Schwer Geht einer an meine Drohne rein? Ja, bin drin Der Jäger hat die Drohne ja entdeckt Oder? Nee Joshi, geh du mal zu jemandem ins Fenster Zu Luzi Jäger ist bei Wendel Stairs Einer ist Yellow Luzi, kannst du mich safen? Dann schmeiß ich mir Cam rein Mute 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 ist Yellow Super Mute Sender Jäger aimt nach Westen Zauber Einer ging Richtung Bad Zauber Zauber Das war der Lieschen hat eine Falle geworfen Aber ich seh nicht von wo Ich seh den nicht, Leute, schieß auf den Zauber Jetzt hat er gerade keine Monie mehr Nur noch ein Gegner übrig Komm, plant it Entschärfer ist online und aktiviert Wechsle das Magazin Oh, der ist hier in der Mitte Ja, wenn du ist der Schwarzschüler ist Danke Schönes Ding Ich mag Fuse Ich mag Fuse Hast du überhaupt gefused? Ja, Mann Drei Mal Ja Blip, blip Das ist kein Mute, dann mach ich die Ekodrone weg, ey Scheiße, Ekodrone Oh, Mist gewohlen Hm Ja, zum Glück hab ich den noch erwischt, Mann Ekko, ey Ja, aber die haben zu kämpfen Wir haben wieder Mute dabei, Mist Ja, hatten sie Ja, hatten sie Haben wir ausgeschaltet Ja, klar Luke, nimmst du nen Defuser? Echo Echo hab ich getötet Wir müssen eine Bombe aufschmieren Ich hab zwei Leute getötet diese Runde Danke Leute, die haben da Muteute, ne? Naja In der Sekunde, wo du Mute 2 touchest Carrera haben sie auch Ja, Leute, ihr wisst doch, dass sie Mute haben Also, ich weiß nicht, was das für ne Überraschung ist Das ist keine Überraschung, ich bin aber rückwärts reingefahren Er spielt sie mit was Pass auf die Fenster auf, pass auf die Peaks auf Ja Ich glaub, das haben sie jetzt von uns gelernt, ey Dass es hier nicht klappt Gucken wir's mal Manu, kannst du den Mute-Sender zerstören? Ah, der ist schon weg Alles cool Legen wieder im Connector, oder wie das heißt Oh verdammt Unten kommt gleich Cavera raus Bombe gefunden Ich würde jetzt bei Yellow reingehen Ich würde jetzt bei Yellow reingehen Standard-Eck, Standard-Eck Ja Mute ist Wendels, der ist hinter dem Schreibtisch Keine Neck Nicht holen Entschärfer ist jetzt gesichert Entschärfer ist jetzt gesichert Entschärfer ist jetzt gesichert Spät Ich kann nicht Ich bin auf dem Dach und drohen Oh Backe Ich bin auf dem Dach Ich bin auf dem Dach Wo ist er? Wo ist er? Nein! Scheiße! Schade! Schade, ey! Hast du richtig gut aufgeholt Ah, sorry Jungs Das war meine Schuld Das war meine Schuld Ich war zu weit weg Wir haben so zwei Sekunden gefehlt dann reinzukommen und blenden, ey Schade, Mann Aber gut War gut gespielt So, und jetzt reinspielen Yay Ach, Menno Na, geh mal in den Chat, kommt Na, geh mal in den Chat, kommt